Erst wie man diese Gleichung löst mit Hilfe der Substitution und dann noch so eine Bemerkung, wann man das anwendet. Ich habe an der Stelle also eine Gleichung mit hoch 4 und hoch 2 und dann funktioniert dieser Trick. Ich ersetze das x² durch ein z und dann wird also x hoch 4 eben ein z². Also ich habe dann hier ein z² minus, aus dem wird ein z, plus 9 ist gleich 0. Und dann habe ich die ganz normale Mitternachtsformel, die ich jetzt hier nicht mache. z1 gleich 1 und z2 gleich 9 kommt raus. Mich interessiert aber nicht z, sondern x. Dieses z und das z, aber ich weiß ja, x² ist z. Das heißt, wenn z1 ist, weiß ich x² gleich 1 und x² gleich 9. Wurzel ziehen, Wurzel 1 ist 1 und eben plus minus nicht vergessen. Weil minus 1 mal minus 1 ist ja auch 1. Und hier genauso, Wurzel 9 ist 3 plus minus nicht vergessen. Minus 3 mal minus 3 ist auch. Und dann habe ich so gleich, ich habe sogar vier Lösungen. x1 ist minus 1, x2 ist 1, x3 ist 3 und x4 ist minus 3 genau. Wie man das benennt, das ist egal. Bei einer Gleichung vierten Grades ist es wirklich möglich, vier Lösungen zu haben. Niemals 5, 4 ist das Maximum. Es könnte aber auch sein, dass, jetzt so mal ein bisschen Platz machen, wenn ich sowas habe. z gleich minus 7 und x² gleich minus 7, dann hätte ich ja x ist Wurzel aus minus 7 und das geht nicht. Und dann habe ich eben hier auch keine Lösungen. Das heißt, bei einer Substitution kann das Ergebnis auch laut Nö keine Lösung oder nur zwei Lösungen oder sogar drei Lösungen. Das ist alles drin. Also von 0 bis 4 keine 5. So ein bisschen allgemein, wenn man eine gleiche im vierten Grades hat, meistens schaut die so aus. x hoch 4 plus 3x hoch 3 plus 2x² ist 0. Und dann kann man nämlich ausklammern. Der häufigste Trick ist der Ausklammertrick. x², ja, x² plus 3x plus 2 gleich 0. Und dann macht man, hier sehe ich x gleich 0, das doppelte Nullstelle und hier mache ich eine Mitternachtsformel. Bekomme weitere Nullstellen. Ja, Produkt ist 0, einer der Faktoren 0 ist. Wenn ich hier noch eine Zahl hätte, hier so plus 9 ist 0, dann ist blöd. Dann kann ich nicht ausklammern. Ich kann in dem Fall auch nicht die Substitution machen, weil hier der nervt. Der hat 3x hoch 3 und deswegen kommt das so gut wie nie vor. Wir haben entweder den Ausklammertrick oder den Substitutionstrick. Hier müsste man eine Lösung mit Probieren suchen und eine Polynomdivision machen. Und das ist zumindest bei uns an der Schule, also sehr selten in Prüfungen verlangt. Genau, weil es gibt irgendwo in der Literatur irgendwelche Formeln, die aber in der Schule nicht vorkommen. Und damit bei hohem Grad, Grad 4, Grad irgendwas, also vor allem Grad 4, an Substitution denken und an Ausklammern denken. Also Ausklammern geht ja nicht wegen dem 9er. Und das sind eigentlich diese zwei Werkzeuge für Gleichungen, vierten Grad ist gleich 0.